Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir Proteinbrötchen. Die sind ratzfatz zubereitet, schmecken mega lecker und sind im Nu verputzt. In eine Schüssel geben wir 440 Gramm Dinkelmehl. Dazu geben wir ein Päckchen Backpulver. Dazu kommt noch 350 Gramm Magerquark. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt doch gerne einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal. Jetzt geben wir noch 1 Teelöffel Salz hinein. Und dazu geben wir noch 3 Eier. Wenn ihr die ganzen Zutaten reingetan habt, dann müssen wir es mit der Hand ordentlich durchkneten. Keine Angst, das ist ein klebriger Teig, das ist nicht schlimm. Damit ihr daraus Kugeln formen könnt, müsst ihr ein bisschen auf eure Hände Mehl bestreuen. Und dann formt ihr 8 gleiche Kugeln. Wenn ihr die Kugeln geformt habt, dann nehmen wir ein Messer und schneiden mittig einen Streifen. Und dann kann das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 170 Grad ca. 30 Minuten backen. Und dann könnt ihr es auch schon genießen. Die sind mega lecker. Also ihr werdet sehr, sehr begeistert sein von diesem Rezept. Und ich denke, ihr werdet auch in Zukunft diese Brötchen öfters backen. Und mit diesem Video kommen wir auch zum Schluss. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!